Schön, dass du einschaltest. Heute mache ich eine Reaktion über Dr. Markus Krall und die Folgen des Crashs und was er dazu zu sagen hat. Wer Dr. Markus Krall nicht kennt, er ist Buchautor und betreibt ein Edelmüll-Teilhaus. Und mal schauen, was er zu sagen hat. Guten Tag, liebe Gäste der World of Value. Hier ist wieder Markus Krall. Ich hatte ja schon zweimal das Vergnügen, auf der World of Value zu Ihnen sprechen zu dürfen. Und ein drittes Mal steht bevor, jetzt im Oktober 2020. Als wir uns das letzte Mal hier in Frankfurt gesehen haben, im Oktober 2019, waren wir noch vor der Krise. Wir haben damals intensiv darüber diskutiert auf der World of Value, wie wahrscheinlich ist es, dass sie eintritt. Was werden mögliche Auslöser sein? Was wird ihr Ablauf sein? Welche Phasen? Also was ich dazu sagen muss, Krisen kommen und gehen, das hat man schon immer. Also wenn man jetzt sagt, es kommt irgendwann eine Krise, dann wird man irgendwann auch recht behalten. Die Krise, was bedeutet das für die Asset Allocation? Was bedeutet das für Gold? Was bedeutet das für Aktien? Was bedeutet das für Immobilien? Und was wir in der Zwischenzeit gelernt haben, ist, dass die Realität uns eingeholt hat. Wir stehen heute nicht mehr vor der Krise, wir stehen in der Krise. Und abgesehen davon, dass sie einen Ticken früher gekommen ist als erwartet und auch ein bisschen schneller und heftiger und ja, in kürzerer Folge ihrer Einzelereignisse ist sie eigentlich im Wesentlichen so eingetroffen, wie wir das... Also was ich dazu sagen möchte, natürlich hätte niemand damit rechnen können, dass es einfach so abrupt gibt und teilweise sind auch Kurse in ein, zwei Tagen so stark gefallen, wie halt noch nie, soweit ich weiß. Und selbst in den 30er Jahren ist teilweise einfach die Kurse nicht so gefallen, wie wir in 2019 und in 2018 miteinander diskutiert hatten. Die Frage stellt sich also jetzt, wo stehen wir? Wir stehen im Moment in der Phase der Kontraktion, eigentlich auch der Asset Deflation. Die ist noch nicht ausgestanden. Unter hoher Volatilität haben wir da Verluste gesehen, aber ein Teil der Verluste wurden durch die Geldpolitik auch wieder aufgefangen. Und das ist genau die Geldpolitik. Was er meinte, ist halt einfach, dass diesmal alles ganz schnell ging und dass die Zentralbanken auch sofort den Markt gestützt haben mit billigem Geld, dass sie praktisch Anleihen gekauft haben, Unternehmensanleihen natürlich auch, um die Märkte halt einfach zu stützen und den Unternehmen Geld zu geben, die sofort natürlich Probleme hatten durch den Lockdown oder beziehungsweise auch, dass einfach die Wirtschaft weltweit zum Teil wirklich still stand. Die diese Asset Deflation ein bisschen verlangsamt, aber auch den Absturz dann und die Fallhöhe umso härter macht. Denn was wir sehen, sind natürlich Programme, die geben sich nicht mehr mit klein klein ab. Früher sagte mal ein amerikanischer Zentralbanker den berühmten Satz, a billion here, a billion there, soon you're talking real money. Was er damals meinte, war eine Milliarde hier und eine Milliarde dort. Nur heute reden wir auch wieder über billion here und a billion there. Nur wir reden über die europäische Variante der Billionen, nämlich. Ja, was er meinte halt, früher hat man von Milliarden geredet und heute halt über Billionen und im Englischen heißt ja praktisch Billionen sind ja eigentlich Milliarden. Und das ist ein bisschen verwirrend von dem Wortspiel her und so weiter, aber im Endeffekt geht es jetzt um Billionen halt, wo sich schon praktisch bereit erklärt wurde, die Märkte damit zu stützen. Die tausend Milliarden. Also a billion here, a billion there ist die amerikanische a trillion here, a trillion there and soon you're talking real money. Wir blähen die Geldmenge auf. Gleichzeitig sehen wir, dass riesige Programme gefahren werden, staatsfinanzierte, schuldenfinanzierte Programme. Aber letzten Endes sind es natürlich Banknoten, druckfinanzierte Programme, also mit frischem Geld, mit frisch gedrucktem Geld finanzierte Programme. Warum? Weil diese ganzen Staatsanleihen, die diese riesigen Ausgabenprogramme finanzieren, sollen und werden, überhaupt nicht mehr am Markt unterzubringen sind, wenn nicht die EZB ständig für gewaltigen Nachschub an Geld sorgt und den Investoren. Gut, das gab es natürlich schon immer in den Finanzkrisen, dass dann halt Anleihen gekauft worden sind, um die Märkte halt einfach zu stützen. Und die Zentralbanken kaufen die halt auch eben da auf. Es sind auch nicht nur Staatsanleihen, es sind auch Unternehmensanleihen. Und in Japan sogar eben das Aktien gekauft werden, um die Märkte zu stützen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei jetzt mal dahingestellt. Das ist auf jeden Fall bei Unternehmensanleihen sowieso noch ein bisschen schwierig zum Teil halt, weil man Unternehmen halt Geld gibt teilweise, die eigentlich gar nicht überlebensfähig sind. Und die Frage ist halt, können sie in Zukunft auch die Zinsen bezahlen von den Unternehmensanleihen? Können die Staaten natürlich auch eben die Anleihen bezahlen? Obwohl teilweise Anleihen ja auch negativ sind. Das stellt ja das ganze System halt irgendwie ein bisschen auf den Kopf, dass man weniger zurückzahlen muss, als man Geld aufnimmt. Und mal schauen, bei niedrigem Zinsumfeld geht das vielleicht? Jetzt ist halt die Frage, ob man dann in Zukunft die Zinsen einfach weiter senkt, also wirklich Minuszinsen halt bringt. Die FED hat praktisch, also die Zentralbank in den USA, hat sogar zweimal die Zinsen praktisch gesenkt auf fast Null, damit man einfach wirklich billiges Geld ausgeben kann. Und dann, ja, die EZB, also die Europäische Zentralbank, ist ja eh schon bei Null. Diese Papiere relativ schnell und sofort und zuverlässig wieder abnimmt. So, dass wir eigentlich sagen können, das ganze Geld, was da ausgegeben wird, die anderthalb Billionen, die jetzt schon committed sind, die ganzen Steuerausfälle, die 300 Milliarden, die wahrscheinlich in Deutschland allein dieses Jahr bei Bund, Ländern und Gemeinden fehlen werden, die riesige Lücke in unseren Sozialversicherungssystemen, die zehn Millionen oder mehr Kurzarbeiter reißen. Genau, das sind alles halt tauchen Probleme halt. Die Staatsausgaben steigen halt, wegen Kurzarbeit zum Beispiel oder eben halt auch, man hat weniger Einnahmen, hat höhere Ausgaben, muss dann Menschen helfen und so weiter. Und ja, in den USA gab es sogar Helikoptergeld. Das ist halt natürlich immer eine schwierige Situation. Und da ist natürlich auch die Frage irgendwann, spricht man über Umverteilung, vor allem von Leuten, die ein Vermögen haben oder auch, ja, zum Beispiel Immobilienbesitzer. Das ist ja immer so die Folge dann. Gab es ja jetzt auch schon so ein paar Politiker, die dann meinten Lastenausgleich und solche Geschichten. Und meistens trifft es natürlich die Privatpersonen halt und vielleicht auch die Leute mit dem Eigenheim, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Die quasi jetzt das Prä-Stadium der Arbeitslosigkeit haben. Das alles sind Elemente, die uns aus dieser deflationären Phase zügig und schnell, wahrscheinlich schneller, als wir es 2019 diskutiert haben, rausführen werden. Wo führen sie uns rein? Leider nicht in das goldene Zeitalter der Machbarkeit, kennen Sie auch nicht in der Nachfragepolitik. Sie führen uns rein in ein inflationäres Zeitalter. Das wird kurz und heftig und es wird nach meiner Überzeugung darin münden, dass wir in eine instabile Geldordnung hinein stolpern. Also das müssen wir erstmal sehen, ob jetzt praktisch eine Inflation großkommt. Also man spürt es halt zum Teil noch nicht so wirklich in den meisten Bereichen. Natürlich bei gewissen Lebensmittelsachen, Obst, Gemüse, aber da sind ja auch die Lieferwege schwieriger gewesen, teilweise Personal gefehlt und so weiter. Und dann sind die Preise halt auch gestiegen, weil die Kosten dann gestiegen sind, Hygienevorschriften und so weiter. Aber allgemein betrachtet jetzt sieht man halt noch nicht so die Hyperinflation, die extremen Preissteigerungen überall in allen Bereichen. Ebenso sieht man auch noch nicht die Deflation, dass irgendwie Preise wie verrückt fallen irgendwie. Also schauen wir mal, was passiert. Im Moment sagt man uns noch, ja, dieses ganze Geld, das kann wieder eingefangen werden, sobald sich Inflationsdruck aufbaut. Und das ist schlicht nicht wahr. Es stimmt einfach nicht, dass es wieder eingefangen werden kann. Wenn der Geist erstmal aus der Flasche ist, dann wird er sich inflationär entfalten. Und es ist auch unmöglich, vorauszusagen, ob diese Inflation zweistellig, dreistellig oder vierstellig wird. Es ist einfach nicht möglich. Dazu muss man halt eben sagen, ob man das Geld jetzt wieder einfangen kann oder nicht. Ja, bei der letzten Krise hat man ja auch geglaubt, jetzt kommt eine Hyperinflation, dann ist sie doch nicht gekommen. Da hat man es dann wieder relativ schnell in wenigen Jahren wieder herausgeschafft und wieder neue Erhöhungsstände. Und da florierte dann die Wirtschaft und da hat sich auch viel Vermögen aufgebaut. Immobilienpreise sind stark gestiegen und so weiter und so fort. Also das kann man halt nicht sagen. Ebenso kann man auch nicht sagen, dass jetzt eine Hyperinflation kommt oder wie er teilweise sagt, von 100 oder 1000 Prozent. Also ich frage es natürlich, auf welchen Zeitraum er das meint. Aber jetzt 100 Prozent würde heißen, dass sich die Preise irgendwie verdoppeln in den meisten Bereichen und bei 1000 Prozent verzehnfachen. Und vor allem beim Verzehnfachen, das wäre natürlich eine Katastrophe, wenn das in einem Jahr oder zwei, drei Jahre in der Zeit sich so schnell verzehnfachen würde. Daran glaube ich persönlich nicht. Ich weiß es natürlich nicht. Das kann niemand sagen. Aber da sehe ich es halt ein bisschen sehr schwarz. Wir müssen einfach mal schauen, was passiert. Was wir allerdings sehen werden, ist, dass die Zentralbank dann darüber stolpert. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Sie wird dann nämlich die Wahl haben, wie Odysseus, der zwischen den zwei Seemonstern Skylar und Charybdis navigieren musste, dass sie auf zwei Seiten in den Abgrund fahren kann. Entweder sie wird in dieser inflationären, kommenden Phase Preiskontrollen ausüben. Das heißt, sie wird sagen, ja, das geht nicht. Wir müssen Preiskontrollen machen, damit die Dinge des täglichen Bedarfs bezahlbar bleiben. Dann wird die Produktion kollabieren. Und zwar deswegen, weil jede Sache, die produziert wird, dann dazu führen wird, dass die Unternehmen mehr Verluste machen. Die können sich die Verluste aber nicht unbegrenzt leisten. Ja, also jetzt hier Preiskontrollen und so weiter, das erinnert mich jetzt sehr Marktwirtschaft, Sozialismus. Und davon wollen wir jetzt einfach mal nicht ausgehen. Es kann sein natürlich, dass der Staat dann so ein bisschen eingreift. Aber wenn er jetzt richtig stark eingreift und wirklich die Preise dämmt, obwohl wir eine Hyperinflation haben, dann muss er es halt irgendwie auch kompensieren. Und davon wollen wir einfach jetzt mal nicht ausgehen. Also das wäre halt schon ein sehr dunkles Szenario. Das heißt, Preiskontrollen führen zu weiterer, schnellerer Kontraktion der Wirtschaft. Oder sie akkommodieren es mit dem Drucken von mehr Geld. Dann wird die Inflation mit jeder Runde auf neue Höhen katapultiert werden. Solange bis eben ein Einsehen in der Politik dahingehend stattfindet, dass mit dieser Währung kein Staat mehr zu machen sein wird. Also da muss man eben schauen, Geld drucken heißt nicht immer gleich Inflation. Wenn die Wirtschaft natürlich im selben Maße eben halt steigt, was sie wahrscheinlich den Säger jetzt gerade eher nicht tut, dann muss auch keine Inflation unbedingt kommen. Das ist auch immer eine Frage von Angebot und Nachfrage. Also nur einfach Geld drucken und dann hat man auf einmal eine Hyperinflation. Das muss nicht der Fall sein. Also wie gesagt, man muss einfach erst mal abwarten, was passiert. Wir können es nicht wissen. Es wäre auch, glaube ich, törig zu sagen, ich weiß, wie es laufen wird und so weiter. Und natürlich kommt dann, wie er auch schon sagt, das Währungsthema halt auf. Brauchen wir eine neue Währung, wo wir nochmal praktisch einen Neustart machen mit, weil die Währung halt Euro zum Beispiel halt oder Dollar halt wertlos wird. Dann wird eine neue Währung kommen. Und darüber werden wir diskutieren auf der World of Value im Oktober 2020, meine Damen und Herren. Da werden wir darüber diskutieren, wo wir dann im Oktober 2020 stehen werden, wie weit sich die Krise entfaltet haben wird. Wahrscheinlich sind wir dann vielleicht schon in der inflationären Phase oder an ihrem Beginn. Wir werden darüber diskutieren, wie es aussieht, wenn eine größere Menge von Banken auf dem Seziertisch liegt und auch wieder gerettet werden müssen oder auseinandergenommen und neu zusammengesetzt werden müssen, um das irgendwie am Laufen zu halten. Auch wieder mit Billionen. Also er geht davon aus, dass praktisch eine Bankenkrise kommt. Die Banken haben natürlich viel gelitten halt, weil die Zinsen weiter gesenkt worden sind und das Kreditgeschäft natürlich dann auch die Margen nicht so hoch sind. Und wenn Ausfälle sind, muss man das irgendwie kompensieren. Deswegen werden ja auch immer wieder Kontofilungsgebühren eingeführt. Aber jetzt, ja, wie gesagt, was passieren wird, weiß keiner. Natürlich ist der Bankensektor sehr wackelig. Ja, mal gucken. Da werden wahrscheinlich auch Staaten eingreifen. Also ich persönlich glaube nicht, dass man Banken pleite gehen lässt. Zumindest nicht die Großen, weil man einfach schon weiß, aus der letzten Finanzkrise mit Lehman Brothers, wenn die pleite gehen, was dann für eine Kettenreaktion entsteht. Und daher glaube ich, dass man hoffentlich aus diesen Fehlern gelernt hat. Aber wir wissen es natürlich nicht. Nicht Milliarden, sondern Billionen frisch gedrucktem Geld. Und wir werden darüber diskutieren, was 2021 bringt. Denn unser Bild von 2021, das können wir, glaube ich, heute mit Sicherheit sagen, wird klarer sein als heute. Wir werden tiefer in der Krise stecken. Wir werden besser Bescheid wissen über das Timing und die Kredenz der Krise. Und wir werden besser analysieren können, was die politischen Antworten darauf sind und was das für unsere Asset Allocation bedeutet. Was bedeutet es für Gold? Was bedeutet es für Aktien, für Anleihen, für Immobilien? Okay, also er will ja praktisch halt darauf hinweisen, dass er praktisch in seiner Veranstaltung da halt auf diese ganzen Themen eingeht. Ja, wie gesagt, man wird halt sehen, was kommt. Er weiß es natürlich auch nicht. Niemand weiß es. Ob es jetzt so eintreffen wird, wie er das behauptet oder denkt, kann man halt immer schlecht sagen, weil jeder hat irgendwie eine Meinung. Ich habe jetzt einfach mal meine Meinung kundgetan. Ich sehe es nicht ganz so schwarz wie er. Ich sehe halt auch die Probleme. Ich sehe, dass es natürlich eine Gefahr gibt von Massenarbeitslosigkeit. Eine Folge von, dass Unternehmen noch im Nachhinein aufgrund der Maßnahmen der Regierungen eben halt immer wieder pleite gehen werden, weil, ja, wenn man eine Wirtschaft komplett teilweise aussetzt, ist ja klar, dass dann einfach eine Riesenreaktion darauf kommt in einem Markt, der sowieso schon teilweise ein bisschen wackelig war. Eben, ja, muss man einfach mal schauen, was passiert. Genau, mit den einzelnen Assetklassen wissen wir es halt auch nicht. Der Immobilienmarkt ist immer noch sehr stabil, zumindest in Deutschland. Die Preise steigen weiterhin. Ich selber bin ja auch Immobilieninvestor. Und, ja, mal gucken. Kann sein, dass ein Crash kommt. Und müssen wir uns einfach vorbereiten. Es kann dann vielleicht auch Sinn machen, in den verschiedensten Assetklassen mal zu schauen, was macht Sinn und was hat man vielleicht für jede Marktphase, dass man einfach vielleicht gewappnet ist. Aber was passieren wird, wissen wir alle nicht. Ich hoffe natürlich das Beste für uns alle und dass die Folgen nicht so gravierend sein werden, wie eher davon ausgeht, dass praktisch die Regierungen das hinbekommen, die Zentralbanken hinbekommen und eben halt, dass die Wirtschaft wieder boomen kann und dass das Spielchen erstmal weitergeht. Aber natürlich hat man meiner Meinung nach natürlich auch viele Probleme wieder nach hinten verlagert. Und die größte Gefahr sehe ich einfach darin, dass praktisch eben, ja, die Zentralbanken Geld ausgeben und Sachen kaufen, die keinen wirklichen Gegenwert haben. Und, ja, Länder, die eben dann auch keine Bonität haben, zum Teil Anleihen, Unternehmen, die eigentlich Insolvenz gefährdet sind, schon vor der Krise, die einfach gestützt werden. Man lässt einfach keiner dieser Zombie-Unternehmen einfach pleite gehen. Und, ja, belohnt halt die schlechten Unternehmen und die guten Unternehmen, die leiden halt trotzdem auch darunter. Also, es gibt keine wirkliche Aussortierung mehr. Man hält irgendwie alles irgendwie am Leben und ob das auf Dauer funktioniert, wissen wir nicht. Vielleicht werden auch Zinssenkungen nochmal weiterkommen und das Spiel ein bisschen weiter hinaus zu zögern. Es ist alles möglich. Ich kann mir auch vorstellen, dass man halt durch Zinssenkungen zum Beispiel halt auch wieder weitere Schulden bezahlt und so weiter und das ganze Problem wieder hinaus zögert. Und, ja, es ist aktuell eine schwere Phase. Müssen wir mal schauen, was passiert. Ja, das ist halt meine Meinung dazu. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Gib mir gerne ein Feedback. Ich hoffe, die Reaktion hat dir gefallen. Ansonsten wünsche ich dir nur das Beste. Dein Kostoptimierer.